Hallo und herzlich willkommen bei den Videokassettenkindern. In diesem Video möchte ich euch das Mediabuch von Todesparty 3, Monster im Machtexpress, vorstellen. Dieses wurde am 24.01.2020 von X-Rated mit einer Limitierung von 222 Stück veröffentlicht. Dies hier ist das Cover A. Links und rechts könnt ihr die Cover B, C und D sehen. Hier dann einmal der Buchrücken und die Rückseite. Dort sehen wir einige Szenenfotos, die Inhaltsangabe sowie die technischen Daten. Als Extras bekommen wir hier zwei Audiokommentare, den US-Kino-Trailer, einen US-TV-Spot, den deutschen Trailer und auch Werbematerialien. Dann haben wir hier einmal die Blu-ray, darunter ist dann auch die Limitierungsnummer des Mediabuches. Und im Zufallsprinzip lag jedem Mediabuch noch einen Bonusfilm bei. Der ist bei mir dann, wie ihr hier seht, Bugs oder wie er eigentlich richtig heißt, Silent Night, Deadly Night 4. Dann wollen wir jetzt einmal durch das 16-seitige Booklet mit einem Text von Christoph N. Kellerblach blättern, wo wir einige interessante Infos über den Film und auch den beteiligten Personen erfahren dürfen. Unterbrochen wird der Text dann immer wieder durch Szenenfotos oder, was ich ganz besonders schön finde, auch durch die alternativen Cover-Motive. Eine Sache, die man eigentlich viel öfters machen könnte. Machen wir uns nichts vor. So sehr ich Monster im Nachtexpress auch mag, aber einen Preis für das innovativste Drehbuch wird der nicht erhalten. Die Geschichte ist halt die eines typischen 80er-Jahres-Slashers. Allerdings ist die Inszenierung sehr gelungen, sodass der Film bis zur letzten Sekunde spannend ist. Allein schon, weil man nie sicher sein kann, wo und vor allem wer der Täter ist. Einen besonderen Blick sollte man auch auf die Darsteller werfen. Nicht nur, dass die Hauptrolle von Jamie D. Curtis, die Stream Queen der späten 70er und frühen 80er verkörpert wird, und als Nebendarsteller dürfen wir auch noch David Copperfield, perfekt besetzt als Magier, bestaunen, der hier seinen ersten und, sind wir mal ganz ehrlich, auch einzig wirklich nennenswerten Kinoauftritt absolviert. Und damit einmal zur Inhaltsangabe. Vor Jahren erlaubten sich die Mitglieder einer Univerbindung mit dem schüchternen Kenny auf einer Party einen bösen Scherz und legten ihm eine Leiche ins Bett. Daraufhin musste dieser sich erstmal in die psychiatrische Abteilung zurückziehen. Jahre später ist der Abend der Abschlussfeier gekommen. Um es richtig krachen zu lassen, wird ein ausrangierter Zug samt Band und Buffet gemietet. Das Motto ist ein kleiner Maskenball. Leider versteckt sich hinter einer Maske ein mutmaßlicher Killer, der nur eines im Sinn hat. Rache auf mörderische Art und Weise. Ein gnadenloses Katz-und-Maus-Spiel beginnt. Es kommt zu einem bestialischen Finale, der seinesgleichen sucht. Und damit bedanke ich mich für euer Interesse. Lasst gerne ein Abo oder Like da. Vergesst auch nicht die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Ja, und mir bleibt noch zu sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.